einen wunderschönen guten tag zusammen und herzlich willkommen zum mein tiden terra projekt hierbei wird nämlich ein exoterra terrarium schön eingerichtet mit den maßen 20 x 20 x 30 cm die gestaltung der rückwand hat freundlicherweise der michael frischauf übernommen und hier sehen wir die fotos wie diese rückwand entstanden ist im grunde genommen kann man sagen dass die rückwand mithilfe von verschiedenen lagen an bauschaum entstanden ist der dann später mit etwas epoxidharz überdeckt wurde wir haben hier verschiedene treibholzstücke die miteinander verklebt worden sind und die dann hier im zentrum des terras angelegt werden schließlich wurde das alles mit einem kleber überzogen und schließlich mit etwas torferde überdeckt so dass wir hier eine sehr schöne dreidimensionale rückwand haben und im zentrum haben wir hierbei diese schönen wurzeln beziehungsweise das treibholz als ich das terra ausgepackt habe habe ich gemerkt dass das terra natürlich ziemlich staubig ist und etwas dreckig ist deswegen so der erste schritt nach dem auspacken und vor der einrichtung ist erstmal dass wir das terra gemeinsam mal putzen also ich habe das terra ins bad reingestellt und dann vorsichtig mit wasser etwas abgespült werden dann nämlich viele staubreste etwas erde torfreste und auch vielleicht etwas kleber und das habe ich alles großzügig mit wasser abgespült die klebereste an den seiten habe ich dann erfolgreich mit etwas alkohol entfernt und schließlich habe ich das alles natürlich trocken gewischt und nach dem spülen sei das terra nun viel sauberer aus und nach dem abtrocknen sehen wir dass es terra etwas feucht ist das sollte aber für die einrichtung eigentlich kein problem sein ich werde das terra sowieso ein paar tage offen lassen damit das terrarium gut trocknen kann so sieht das terrarium aus eigentlich genauso wie ich es euch in einem livestream präsentiert habe mit dieser schönen dreidimensionalen optik der rückwand und in der mitte mit vielen treibholzstücken die eine schöne große wurzel bilden ich finde der michael hat hier sehr gute arbeit geleistet es sieht wirklich wunderschön aus und die man hier hat hier wirklich sehr sehr viele klettermöglichkeiten zum einen natürlich die rückwand die seitenwand oben kommt dann auch etwas drohzugase hin und wir haben in der mitte dieses riesige treibholzstück nun würde ich mal sagen fangen wir langsam mit der einrichtung an zuerst sage ich euch die ganzen komponenten die ich hier verwendet hatte oder die vielleicht wichtig sind für seine terrarien einrichtung eine ganz wichtige komponente die natürlich nicht fehlen darf ist das bodensubstrat hierbei habe ich die erde von jbl verwendet das ist diese sogenannte terra basic erde hier habe ich dann noch ein paar pflanzen vorbereitet wir haben hier nämlich zum einen die ficus pumila die würde ich ganz gerne hier einpflanzen und die adiantum radianum das ist der fahren links ich hoffe dass wir platz finden für diese beiden wunderschönen pflanzen und wir haben hier natürlich noch die zwei phytonien die hatte ich nämlich ebenfalls bei kerf damals gekauft und wir müssen mal gucken wahrscheinlich kommen natürlich nicht alle pflanzen rein aber wir gucken einfach mal wie viel platz wir da haben und ob wir überhaupt alle pflanzen dort einpflanzen können hier habe ich dann noch so eine kleine kryptanthus die hatte ich auch schon etwas länger bestellt wir müssen mal gucken ob wir da überhaupt platz haben ganz wichtig für die professionelle einrichtung so eines terrariums empfehle ich euch immer solche handschuhe anzuziehen weil ich kann es überhaupt nicht leiden wenn dann überall solche fettigen fingerabdrücke dann am terra sind das terra ist ja gerade frisch geputzt und da kann ich es nicht leiden wenn da überall meine fingerabdrücke sind deswegen empfehle ich euch immer solche schönen handschuhe anzuziehen dann sieht das zum einen professioneller aus und das glas bleibt sauber so die ganzen komponenten stehen im prinzip fest und ich würde sagen wir können jetzt langsam mit der einrichtung anfangen der erste grundschritt wie bei allen einrichtungsvideos ist natürlich wie immer das bodensubstrat hierfür lege ich etwas erde vor und später kommen dann auch noch die pflanzen dazu ihr müsst dann nicht unbedingt viel erde vorlegen es reicht im prinzip wenn ihr ungefähr 1 cm erde vorlegt so sieht das aus aus die erde ist wirklich ziemlich fein und mit der erde hatte ich bisher eigentlich ziemlich gute erfahrungen gemacht ich würde sagen wir nehmen uns hier mal ein paar hände voll erde und schütten die dann hier vorsichtig ins terra rein problem war natürlich dass hier natürlich immer wieder mal erde etwas außerhalb des terrors landet aber das sollte später kein problem sein wir machen das dann später auch sauber etwas erde ist auch einen wurzeln kleben geblieben weil die wurzeln natürlich auch alle etwas feucht und nass sind wenn wir das terra dann später sprühen werden dann sollte sich das mit der zeit alles dann schön reinigen ich würde sagen hinten links könnten wir vielleicht diese ficus pumila positionieren dafür packen wir die pflanze hier vorsichtig aus dem topf raus ihr habt das auch schon in den älteren videos auch schon gesehen wie die pflanzen hier umgetopft werden das prozedere ist immer ähnlich ich ziehe das hier vorsichtig raus und auch hier war das wurzelwerk ziemlich fein und sehr eng miteinander vernetzt hier habe ich dann versucht die erde so gut es geht von den wurzeln zu trennen durch einen leichten druck an allen seiten und das vorsichtige herausbrechen der erde konnte man dann vorsichtig die wurzeln freilegen das ist auch wichtig weil wir natürlich nicht die ganze erde hier mitnehmen wollen in das neue terrarium sondern wirklich versuchen möchten die wurzeln dann mit der neuen erde im terra dann zu überdecken das war bei dieser ficus pumila etwas schwierig weil die wurzeln ziemlich fein waren und wie gesagt ziemlich eng verstrickt waren ich habe das so halbwegs glaube ich ganz gut hinbekommen deswegen würde ich sagen platzieren wir die jetzt einfach hier hinten links im terra es handelt sich ja hierbei um eine typische rang pflanze und ich hoffe dass die pflanze sich dann entlang der rückwand oder der wurzel im zentrum sich dann so erstrecken und wachsen kann so vorsichtig rein drücken von allen seiten ich glaube so sieht das eigentlich ganz gut aus nun kommt da auch etwas erde dazu wir stopfen die pflanze also vorsichtig weiter hier rein und überdecken dann später die wurzeln mit etwas erde das ist ganz wichtig weil die wurzeln sollten auf keinen fall im freien liegen sondern die sollten immer schön überdeckt werden nun würde ich sagen können wir im zentrum in der mitte oder rechts eine kleine phytonie vielleicht pflanzen hierbei habe ich mich für die rote hier entschieden weil ich diese roten blattadern sehr faszinierend und wunderschön finde deswegen denke ich ist da so eine farbe ziemlich schön in so einem terra auch hier ziehen wir die pflanzen vorsichtig hier aus dem topf raus und versuchen die erde hier heraus zu poolen von den wurzeln bei der phytonien war das etwas einfacher weil die wurzeln nicht ganz so fein waren nicht ganz so vernetzt waren und die wurzeln eher dicker Beziehungsweise größer sind Dementsprechend konnte ich hier auch die erde deutlich sauberer von den wurzeln abtrennen Und ich konnte wie man das auch sehen kann die pflanze in drei weitere pflanzen aufteilen oder splitten So dass wir insgesamt etwa drei phytonien hier haben Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem alle drei auf jeden fall verwenden für das terra weil ich die einfach wunderschön finde und ich finde dass man diese Schön in diese lücke unten unter dem treibholz schön positionieren kann Ich finde die größe dieser pflanzen auch eigentlich optimal für so ein terra die sind nicht riesig und die stechen schon hervor in einem terra Also die pflanze habe ich jetzt hier so ungefähr positioniert die anderen zwei kommen auch noch dazu hier in der mitte und schließlich darf natürlich auch die erde nicht fehlen Das ist immer ein gewisses handtier weil man da nicht immer überall so gut rein kommt mit den fingern Aber ich habe es auf jeden fall versucht die pflanzen so gut es geht in die erde rein zu stopfen und diese dann auch später mit etwas mehr erde auch zu überdecken Ich denke so sieht das eigentlich ziemlich hübsch aus Ich bin auf jeden fall mega zufrieden mit den pflanzen Hier haben wir einen kleinen überblick zu dem zwischenstand es sieht auf jeden fall schon deutlich grüner aus als früher Verleihen auch dem terra eine sehr natürliche und sehr schöne note Was wir uns dann noch überlegt hatten man hat ja hier oben rechts in dem terra auch so eine kleine lücke Und da habe ich überlegt packen wir mal den fahren rein der sollte eigentlich klein bleiben und das ist nämlich die adiantum radianum Auch die polen wir hier aus dem topf raus und versuchen auch hier diese pflanze etwas aus der erde zu befreien Wie auch vorhin sehen konntet habe ich schon in das loch etwas erde rein gestopft So dass wir diese pflanze dann später auch rein stopfen können Und dann haben wir nämlich noch eine schöne fahren pflanze die dann entlang der rückwand hier schön wächst Ich finde das wertet das terra noch mal zusätzlich auf und verleiht natürlich dem terra eine schöne saftig grüne note So hier so vorsichtig rein stopfen Ich finde bei den pflanzen sind wir eigentlich gut aufgestellt also ich denke ich würde jetzt noch keine kryptanthus oder die andere phytoni hier noch links Einpflanzen weil ich glaube sonst ist es zu viel und dann überdecken sich die pflanzen Also ich glaube so wie das aktuell ist es ist es wirklich optimal Jetzt kommt ein richtiger life hack und zwar kann ich euch pressluft sehr gerne weiterempfehlen Die pressluft verwende ich normalerweise um mein pc sauber zu machen vom staub Aber wie man hier sehen kann wir haben ja hier überall die erde so ein bisschen verteilt was nicht ganz so schön aussieht auch über die pflanzen Und hier ist die pressluft auf jeden fall ein sehr sehr guter helfer Hiermit haben wir dann so die grobe erde weg gepustet und das terra sieht dann viel sauberer aus Um die erde auch so ein bisschen aufzuwerten beziehungsweise etwas muster reinzubringen habe ich mich für etwas pinien erde entschieden Also pinien erde solltet ihr wahrscheinlich kennen ebenfalls von jbl Und die habe ich dann einfach oben so ein bisschen gestreut auf der erde damit es etwas tropischer aussieht und wie gesagt damit Der bodengrund auch etwas struktur bekommt also wie in einem echten regenwald Auch hier habe ich ein bisschen mit der erde gekleckert und auch da habe ich dann etwas mit pressluft Nachgebessert und etwas ja rest erde weg gepustet Schließlich darf natürlich auch moos nicht fehlen ich hatte hier noch reste von dem trocken moos Man kann natürlich auch lebendiges moos verwenden das hatte ich aber zur zeit des terra projektes nicht griffbereit Deswegen habe ich mich für trocken moos entschieden das trocken moos hat auf jeden fall auch noch eine grüne farbe und wie ich finde passt Zu dem terra wunderbar So habe ich dann den bodengrund etwas aufgegrünt und hier auch so die lücken oder die kahlen stellen im terra dann auch noch mit moos gestopft Das terra sieht dann viel grüner aus und auch viel natürlicher Auch hier habe ich dann noch mal mit der pressluft etwas nachgebessert damit das terra schön sauber aussieht Und somit ist das terra im prinzip fertig ich denke so ist das terra auf jeden fall bereit für den nächsten einzug einer neuen mantiden art Die mantide wird hier auf jeden fall viele kletter möglichkeiten vorfinden und ich finde das terra eigentlich echt schön eingerichtet Also ich bin auf jeden fall mit diesem mantiden terra projekt sehr zufrieden Ich denke hierbei wird die tamulanika tamulana einziehen und ich hoffe das tier wird sich auf jeden fall sehr freuen darüber Falls euch dieses kleine projekt gefallen hat beziehungsweise dieses video könnt ihr gerne einen like da lassen Kommentiert auch gerne wie ihr das terrarium findet beziehungsweise wie ihr das ganze projekt findet seid ihr mit der rückwand zufrieden Gibt es etwas was sich verbessern kann ihr könnt das alles gerne unten kommentieren Und abonniert sehr gerne diesen mantiden kanal falls in zukunft keinen weiteren content und keinen projekte verpassen möchtet Würde mich auf jeden fall sehr freuen und aktiviert ganz wichtig die glocke Ich bedanke mich auf jeden fall für eure aufmerksamkeit wünsche euch noch alles gute und hoffe ihr hattet ebenfalls so viel spaß wie ich an diesem mantiden terra projekt Also freunde ich wünsche euch noch alles gute schönes wochenende bleibt gesund ganz wichtig und bis zum nächsten video oder bis zum nächsten live stream Ciao ciao